Die Festung Glatz ist eine militärische Festungsanlage in der Stadt Glatz, der Hauptstadt der ehemaligen Grafschaft Glanz. Sie entstand an der Stelle einer böhmischen Grenzburg, die im 15. und 16. Jahrhundert zu einem Schloss umgebaut worden war. Die Festung liegt auf dem 369 Meter hohen Burg bzw. Schlosshügel auf der westlichen Seite der Glatzerneiße oberhalb des Glatzerrings. Das Gelände ist 17 Hektar groß. Geschichte Das Kastellum Glatzko wurde erstmals für das Jahr 981 vom böhmischen Chronisten Kosmas von Prag erwähnt. Es war eine gegen Polen gerichtete Grenzburg auf dem für Verteidigungszwecke gut geeigneten felsigen Hügel, dem späteren Burg bzw. Schlossberg. Sie wurde durch den böhmischen Fürsten Slavnik, Vater des böhmischen Landes heiligen Adalbert von Prag, errichtet. Diese Burg wurde 1129 unter Herzog Sobislavib stärker befestigt, um die wichtige Straße Pragpass von Nachodrummelpass-Water-Breslau zu sichern. Vermutlich um diese Zeit entstanden auf dem Burgberg der sogenannte Heidenturm und die Marienkapelle, die erstmals 1194 urkundlich belegt ist. Am Abhang des Burgbergs erbaute 1349 der erste Prager Erzbischof Ernst von Padubitz 1349 ein Augustiner Klosterchorherrenstift. Die ehemals gotische Burg wurde im Laufe der Zeit zu einem Schloss umgebaut, auf dem die Burg Grafen von Glatz, die Glatzer Landeshauptleute und ab 1477 auch die Grafen von Glatz residierten. Erster regierender Graf von Glatz war Heinrich I. von Münsterberg und Uelz, ein Sohn des böhmischen Königs Georg von Podiprat. Er residierte mit seiner Familie und seinem Hofstaat auf dem Glatzer Schloss. Auf seiner Reise von seinem Residenzort Neuburg-Donau nach Krakau wohnte im Dezember 1536 Pfalzgraf Ort Heinrich mit seinem Gefolge auf dem Schloss Glatz. Zu den Mitreisenden gehörte vermutlich auch der Hofmaler Matthias Gehrung, der in seinem Skizzenbuch unter anderem auch Burg und Stadt Glatz festhielt. Dies ist die älteste Stadtansicht mit dem allerdings überhöht dargestellten Schlossberg und der noch nicht zerstörten Anlage. Zu den bedeutenden Gästen gehörte auch der böhmische König Ferdinand I., der auf seiner Reise vom Breslau nach Prag vom 21., 22. September 1546 mit seinem Gefolge auf dem Glatzerschloss übernachtete und eine Messe im Augustiner Domstift besuchte. Während der Regentschaft des Glatzapfern Herrn Ernst von Bayern wurde das Schloss 1557 vom Hofarchitekten Lorenz Krischke im Renaissance-Stil umgebaut. Außerdem wurde das untere Schloss, das auch als Niederschloss bezeichnet wurde, errichtet und die ältere Festung um mehrere Gebäude erweitert. Bei den Verteidigungskämpfen nach der Schlacht am Weißenberg wurde das Augustiner Kloster, das im Glacier-Bereich lag, 1620 teilweise abgebrochen und 1622 zerstört. Anschließend ließen die böhmischen Stände das Schloss durch den Schlosshauptmann Johann Georg Semling wieder herrichten. In den 1680er Jahren erfolgte der Bau von Befestigungsbastionen unter der Leitung des italienischen Baumeisters Jakob Carow-Leif. 1742 wurde die Festung im Ersten Schlesischen Krieg von Preußen erobert. 1743 veranlasste König Friedrich II. die Modernisierung und Verstärkung der Glatzer-Festung und die Errichtung einer weiteren Festung östlich der Glatzer-Neiße auf dem Glatzer-Schafberg. Der Hauptentwurf stammt vom Festungsbaumeister Gerhard Cornelius von Valrave. Mit der weiteren Durchführung wurde Major Christian von Wrede beauftragt und der königliche Stadthalter Heinrich August de la Motte Fouquet zum Kommandanten der Festung ernannt. Während des Siebenjährigen Krieges wurde die Festung am 26. Juni 1760 von Feldzeugmeister Gideon Ernst von Laudon erobert. Da die Festung im Siebenjährigen Krieg eine große Bedeutung erlangte, wurde sie auf Initiative des Königs nach Beendigung des Krieges modernisiert. Obwohl die Entwürfe bereits im Mai 1763 vorlagen, begann die grundlegende Modernisierung durch den Piemonteser Militäringenieur Franz Jignatz von Pinto erst im Jahre 1770. Damals entstanden die Bastionen sowie der stellenweise dreigeschossige Donjon, in dem sich bis zu 42 Artillerie-Kasematten befanden. In den Koalitionskriegen konnten Stadt und Festung während der Belagerung durch den französischen General Wandarme vom preußischen Generalleutnant Friedrich Wilhelm von Götzen verteidigt werden. Im Deutschen Krieg 1866 spielte die Glatzer Festung keine Rolle mehr. 1877 wurde sie aufgehoben und 1930 die Burg Berghänge mit Beton verstärkt. Bis 1938 diente die Festung als Haftanstalt. Die im Haft vollzug gehaltenen Personen wurden nach Ingolstadt verbracht. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die Glatzer Festung zu einem Wehrmachtsgefängnis umgewandelt. Dieses wurde in den letzten Kriegsmonaten auf die Nebenfestung am Glatzer Schäferberg verlegt. Die Hauptfestung wurde als Rüstungsbetrieb den AEG-Werken zur Verfügung gestellt. Die darin Teile für V-1-Raketen sowie elektrische Anlagen für Robote und Flugzeuge herstellten. Als Folge des Zweiten Weltkriegs fiel Glatz zusammen mit dem größten Teil Schlesiens an Polen. Die Festung Glatz wurde wörtlich in Dwierzer Klotzko umbenannt. Sie gehört zu den wichtigsten Touristenattraktionen und wird vom Glatzer Ring aus erreicht. Der Rundweg führt durch einige Bastionen, Höfe und Kasematten. Der höchste Punkt der Festung bietet einen Blick auf den südlichen Glatzer Kessel. Gouverneure und Kommandanten Liste preußischer Gouverneure 1774 Georg Reinhold von Tadden 1787 Friedrich Wilhelm von Götzen 1794 Theodor Philipp von Pfau 1794 Franz Andreas von Favrat 1804 Julius von Gravert 1816 Prinz Byron von Körland Liste preußischer Kommandanten 1756 Heinrich August de la Motte Fouquet 175 1775 X Christoph Wilhelm von Nimschewski Oberstleutnant Weißkommandant 1774 Georg Reinhold von Tadden Später Gouverneur 1774 Ludwig Wilhelm von Regler Oberster 1787 Hans Wilhelm von Bandema Generalmajor Später Kommandant von Neiße 1788 Friedrich Benignus von Schmidhenner Oberst 1790 Georg Adam von Grevenitz Oberst Später Kommandant von Breslau 1793 Christian Gottlieb Ludwig von Rabiel Generalmajor Zuvor Kommandant von Breslau 1804 Christian Friedrich Ernst von Melentin Major 1806 Friedrich August von Schenrich Major 1806 Johann Ernst von Gleisen Berg Oberst 1807 Ludolf August Friedrich von Alvensleben Generalmajor 1807 Wilhelm Johann von Blumenstein Oberstleutnant Weißkommandant Später Kommandant von Erfurt 1810 David Konrad von Karnel Major 1813 Heinrich Wilhelm von Welzin Oberstleutnant später Kommandant von Erfurt Kosel und Koblenz 1813 Gotthilf Benjamin Keibel Major 1813 Friedrich Wilhelm von Anhalt Oberst 1816 Heinrich Anton von Poyda Oberst Später Kommandant von Silberberg 1817 Rudolf Karl von Glan Oberst 1834 Karl Wilhelm Emanuel von Sandrat 1842 Karl Friedrich Adolf von Malachowski und Griffer Generalleutnant 1844 Konstantin August Wilhelm von Witzleben Generalleutnant Generalleutnant 1845 1845 August Ferdinand von Arnau de la Periere Generalmajor 1848 Friedrich Wilhelm Malotki von TRC Biatowski Oberst 1850 1850 Ludwig Karl Wilhelm von Gersdorf 1854 Heinrich Ferdinand Karl von Toll 1857 bis 1858 Wackert 1859 Karl Friedrich August Breetz 1865 Oberst Wilhelm Anton Wolfgang Kruse 1866 Adolf Gustav Wilhelm Ludwig von Kriter Generalleutnant 1871 Alfred von Kron Generalmajor 1874 Ernst Wilhelm von Linsingen 1884 Karl Adolf Hermann Göbel 1885 Anton Bernhard Karl H. Gewessel 1888 Friedrich von Strombeck 1891 Heinrich August Friedrich Buchholz 1895 Eugen Emil Richard von Albedül Generalmajor 1896 Freiherr Wilhelm Ludwig Adolf von Seil 1900 Kurt von Sommerfeld 1905 1905 Hamer Oberst 1905 1905 von Bühnau Generalmajor 1910 1910 Friedrich von Grigory 1916 von Fiedler Generalmajor 1910 1910 Oberst 1910 Oberst 1910 Oberst 1910 1910 Freiherr Ernst von Forstner Oberst 1923 Theodor Spoesser Oberst 1925 Hans Seemsdorf Oberst 1928 Eugen Schienter Oberst 1929 Wilhelm Eilker Oberst 1910 Wilhelm Eilker Heinrich Kirchheim 1932 Rudolf Kämpfe Oberst Leutnant Grenzschutzabschnittskommando Schweidnitz 1935 Winkler Oberst Kommandeur der Heeresdienststelle 4 Schweidnitz 1937 Günther Schwantes Kommandeur der Heeresdienststelle 4 Schweidnitz 1938 von Arnim Generalmajor Kommandeur der Heeresdienststelle 4 Schweidnitz